Echolot-Freunde, aufgepasst! Die Firma Garmin hat mich gefragt, ob ich ein Gerät von Ihnen in den Langzeittest nehmen möchte, also wirklich praxisnah für euch unter die Lupe nehmen möchte. Ich habe Ja gesagt, habe mir ein Gerät aus dem Portfolio ausgesucht, nämlich dieses. Welches Gerät das ist, was das kann, erkläre ich in diesem Video und ich sage dir auch, warum ich mir das ausgesucht habe und was ich mir von diesem Test erwarte. Also, Test ab! Wie bereits eingangs erwähnt, durfte ich mir selber aussuchen, welches Gerät ich von Garmin in den Langzeittest nehme. Ich habe da ein bisschen die Rubrik durchgestöbert und habe mich für dieses hier entschieden. Das ist das Garmin Echomap Ultra 2 102 SV. Das ist ein Mittelklasse-Gerät, fürs Karpfenangeln würde ich sagen sogar High-End. 10 Zoll Display, 1280 x 800 Pixel Auflösung und das Ganze mit Touchscreen. Ob das Ganze gut funktioniert, werde ich natürlich in dem Langzeittest testen. Was man ebenfalls sofort sieht, ist, dass diese Oberfläche hier matt ist. Das soll vor allem bei Wetter wie diesem helfen, das Display auch noch abzulesen. Hier drin steckt ein Multiband-GPS-Modul und das hilft uns, unsere einzelnen Punkte hier wirklich maximal genau zu bestimmen. Das heißt, wenn du Wegpunkte setzt, dann kannst du dir sicher sein, da ist richtig Technik dahinter, damit der Wegpunkt auch wirklich da ist, wo du ihn haben möchtest. Natürlich ist das ganze Setup wasserdicht, nach IPX7 Standard ist das ganze wasserdicht. Das heißt, du brauchst dir auch keine Sorgen machen, wenn das Ding wirklich mal ins Wasser taucht, bei Regen sowieso nicht. Als Geber habe ich mir den GT56 ausgesucht. Da ist Clearview, Sideview, traditionelles 2D-Echolot, alles gleich mit drin. GT56 heißt, das ist der größere Geber von Garmin und damit bekommst du noch schärfere Bilder hin. Man kann das ganze Echolot natürlich komplett auf dem Bildschirm mit Touch bedienen. Trotzdem sind hier ein paar Tasten, vier an der Zahl. Das sind Schnellwahl-Tasten, die kann man sich belegen. Das heißt, du kannst mit diesen Tasten die wichtigsten Funktionen schnell und direkt ansteuern. Warum habe ich mir jetzt genau dieses Gerät von Garmin ausgesucht? Mir geht es vor allem erstmal darum, dass ich ein großes Display habe, 10 Zoll, mit einer knackig scharfen Auflösung. Die Techniken Sideview, Clearview da natürlich auch verbaut sind, damit ich auch Karpfen damit finden kann. Das ist tatsächlich das, was ich damit anstrebe. Aber natürlich stecken hier auch unglaublich viele mehr Techniken drin. Du kannst zum Beispiel dein Garmin-Gerät mit der ActiveCaptain-App, die du auf dein Handy aufspielst, verbinden. Und dann wird das Ganze super multimedial. Du kannst damit über dein Handy direkt ins Internet gehen, dir Karten von Garmin hier draufziehen. Du kannst dir die Updates über die App hier drauf spielen. Hier ist ein Kartenslot mit zwei SD-Karten drin. Garmin empfiehlt bis zu 32 GB Micro-SD-Karten zu verwenden und da kriegst du schon einiges an Kartenmaterial drauf. Außerdem kannst du Wegpunkte, Routen und Tracks direkt synchronisieren zwischen Handy und Echo-Load. Und du kannst sogar das Bild deines Echo-Loads spiegeln und auf deinem Handy dir angucken. Eine weitere Funktion, die ich absolut feiere an Garmin-Geräten, ist, dass du Quick-Draw-Kontours hast. Das heißt, du kannst dir live am Wasser deine Tiefenkarten erstellen. Das ist ganz einfach. Du kriegst ins Menü rein, aktivierst Quick-Draw-Kontours und kannst dann sogar live auf der Karte mitverfolgen, wie sich die Karte, die Tiefenkarte des Gewässers vor deinen Augen aufbaut. Du kannst natürlich auch die fertigen Karten von Garmin direkt aus dem Internet laden und hier drauf spielen. Oder du kannst beide Karten übereinander legen. Das ist ganz dir überlassen. Ich feiere das persönlich sehr. Ich habe mir vorher auch immer Tiefenkarten mühsam erstellt, musste die im Internet hochladen und dann irgendwann, nachdem der Prozess durch war, konnte ich mir die angucken. Hier kann ich es direkt und live am Wasser machen. Für richtige Technik-Freaks bietet sich immer noch die Möglichkeit, hier einen Upgrade zu machen. Dieses Gerät ist multifunktional in ein riesiges Netzwerk an Garmin-Geräten einbindbar. Das Echo Map Ultra 2 ist auch mit Live-Scope zu bedienen. Ich habe jetzt keinen Live-Scope-Geber. Diese Technik ist mir noch ein bisschen zu drüber im Moment. Ich bin erstmal zufrieden mit meinem GT56-Geber und versuche da das Maximum für mich rauszuholen. Aber prinzipiell hast du immer die Option, noch einen draufzusetzen. Wie man sieht, kann man das Display auch ganz einfach von der Halterung entfernen. Ich habe mir das Ganze ja bereits installiert zu Hause und das lässt sich dann auch ganz einfach hier wieder einklinken. Dann bist du bereit, kannst am Wasser losfahren, hier hinten die Schnellregelung lösen. Dann kannst du das Gerät mit nach Hause nehmen und musst es nicht möglicherweise im Keller lagern und Angst haben, dass es dir geklaut wird. Nachdem ich die Hardware zu Hause hier an meinem Echolothalter montiert habe, Geber festgeschraubt habe, die Mountplatte festgeschraubt habe, habe ich das Gerät erstmal an Strom angeschlossen, mir die ActiveCaptain-App runtergeladen und Updates installiert. Danach ging es dann direkt an die Karten, denn Garmin hat mir auch das ganze Kartenmaterial für Deutschland zur Verfügung gestellt, damit dieser Test auch aussagekräftig ist. Die Karten sind sehr, sehr gut, trotzdem nutze ich die Quickdraw-Konturs. Ich habe jetzt schon drei Tage hier mit diesem Echoloth geangelt und konnte schon den halben See vermessen, habe mir also eine persönliche und noch genauere Karte gemacht. Das Bild ist gestochen scharf, so wie ich es erwartet habe. Karpfen habe ich noch nicht gefunden, aber das liegt auch daran, dass dieses Gewässer sehr, sehr flach und sehr krautig ist. Da ist es natürlich schwierig, Karpfen zu finden. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein schön klares, tiefes Gewässer dann auch mal damit beangele, wo vielleicht auch Totholz ist, die Karpfen vielleicht auf dem Sideview im Totholzstehensee oder ähnliches oder vielleicht auch mal im tiefen Wasserkarpfen im freien Schwimmsee. Das erhoffe ich mir tatsächlich von diesem Gerät, denn das wäre ein echter Mehrwert und dafür gibt man dann Euro mehr aus. Ich zumindest würde es tun. Bei dieser Session am Wasser angekommen, habe ich mich als erstes mit dem Startbildschirm befasst. Das heißt, ich habe festgelegt, was soll auf diesem Display alles erscheinen, welche Technologien will ich mir raufholen. Du kannst dir natürlich einzelne Bilder anzeigen lassen, das heißt das 2D-Echoloth oder Sideview oder Clearview oder auch nur die Karte, wo du dich befindest und wo du deine Wegpunkte drauf siehst. Ich habe mich dafür entschieden, einen Dreier-Split-Aufbau zu nehmen. Hier oben einen großen Ausschnitt, in dem ich Sideview oder auch Clearview, je nach Situation, in der ich gerade mich befinde, mir anzeigen lasse, weil da kann ich sehr, sehr genau gucken, entweder was links oder rechts neben meinem Boot ist oder gerade was unter dem Geber ist. Ich habe ein sehr, sehr genaues Bild. Das ist aber nur in Kombination mit einem 2D-Echoloth richtig wirksam. Deswegen habe ich mir hier unten das 2D-Bild auch noch hinlegen lassen, damit man immer abgleichen kann, wie sind die Bodenhärten, wie ist das Kraut wirklich da unten. Da kannst du dann mit beiden Bildern zusammen dir einen viel, viel besseren Eindruck machen. Zusätzlich habe ich hier in dem Bereich noch die Tiefenkarte platziert mit meinen Wegpunkten, damit ich immer direkt dahin navigieren kann, meine Spots schnell wiederfinde. Bis jetzt macht sich dieser Dreier-Aufbau für mich ganz gut. Mal gucken, ich werde natürlich noch ein bisschen rumspielen und gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Das wird alles nachher in der Zukunft geklärt. Dann kann ich dir sagen, für welches System ich mich hierbei entschieden habe. Was ich auch schon ausprobiert habe, ist das Setzen von Wegpunkten. Ich angle da draußen irgendwo im Freiwasser an der Krautkante. Da habe ich mir einzelne Punkte gesetzt. Das Umbenennen der Punkte dauert natürlich ein bisschen. Das mache ich dann hinterher, wenn ich wieder am Ufer bin. Aber schnell den Wegpunkt markiert, ging super easy. Und dann kann man in Ruhe hinterher aus der 0,9 oder 0,10, je nachdem welchen Wegpunkt du dann gerade schon gesetzt hast, auch noch einzelne Benennungen machen. Funktioniert auf jeden Fall super. Ein abschließendes Fazit zu diesem Echolot kann und möchte ich jetzt natürlich noch nicht geben. Ich kann euch nur sagen, worauf es mir bei diesem Test ankommt. Und zwar möchte ich klären, ob sich das wirklich lohnt, die relativ hohen Anschaffungskosten für so ein Hightech-Gerät zu leisten. Weil letztendlich soll uns das ja nach vorne bringen am Wasser. Das soll uns mehr Karpfen bringen. Und diese Frage möchte ich auch klären. Das heißt, kann ich mit diesem hochauflösenden Gerät in Kombination mit dem GT56-Geber wirklich Karpfen finden? Kann ich die interessanten Strukturen wirklich finden? Exakte Bestimmungen machen, wo hart, weich Übergänge sind? Finde ich Fraßlöcher, finde ich Krautlöcher und finde ich sogar möglicherweise direkt Fische, die ich hier auf diesem Display dann auch erkenne und sehen kann? Das wären natürlich Punkte für mich, wo ich sage, ja, es lohnt sich so ein Gerät zu kaufen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Im Moment geht es erst mal nur darum, warum habe ich mir dieses Gerät besorgt? Was kann dieses Gerät? Und ich glaube, diese Fragen habe ich beantwortet. Ich freue mich drauf, in den nächsten Monaten hier mehr drüber zu lernen. Und wir sehen uns wieder zu meinem Fazit. Ich freue mich drauf, in den nächsten Monaten hier drüber zu lernen.